Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass Du da bist und dass Du Dir Zeit für Dich nimmst, um zu lauschen. Heute gibt es wieder eine Fragen-Freitag-Folge mit der wunderbaren Kathi Kleff. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns ganz intensiv mit den Fragen, was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Resonanz? Warum ist es manchmal so schwer, sich gegenüber den Gefühlen anderer abzugrenzen? Aber auch, warum ist es manchmal so schwer, für sich selbst so etwas wie Mitgefühl zu empfinden? Ich wünsche Dir oder vielmehr Wir wünschen Dir jetzt beim Lauschen ganz wertvolle Erkenntnisse, wohltuende Inspiration und einfach eine gute Zeit. Hallo liebe Kathi, wie schön, dass Du da bist und wir Zeit haben für eine weitere Fragen-Freitag-Folge. Ich freue mich immer so sehr auf unsere Treffen, weil es so schön ist, mit Dir zusammen zu reflektieren, weil die Fragen, die wir bekommen, so spannend sind und weil es einfach schön ist. Ja und weil wir glaube ich auch beide, wie wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer, ja auch so eine Leidenschaft und Begeisterung für dieses Thema Trauma haben. Und immer wenn ich da mit jemandem drüber spreche, der da vielleicht noch Neuland betritt, der ist dann erstmal total irritiert, wenn ich sage, ich habe so eine Begeisterung dafür. Und dann sagt er, echt, aber wie geht denn das? Wie kann man, es ist doch so schwer. Und dann sage ich immer, nein, weil es beantwortet so viele Fragen, die bislang so offen geblieben sind. Und deswegen lebe ich genau wie Du diese Leidenschaft so für dieses Thema und habe auch so ein Anliegen. Und es ist so schön, dass wir das so teilen können, auch wir zwei. Ja, das will ich auch mal sagen. Ja, wirklich toll. Und ich gebe Dir so recht, dass das in der Außenwahrnehmung manchmal so ist, dass Menschen erstmal denken, auch bei zum Beispiel dem Beruf der Therapeutin oder traumasensiblen Coachin, dass das ja eigentlich ziemlich schlimm sein muss, jeden Tag schwere Themen zu bewegen und Menschen zu treffen, die belastet sind. Und tatsächlich ist es, ja natürlich ist es schwer auf eine Art, weil das, was geschehen ist, schwer ist. Aber die Begegnung mit Menschen, die Schweres erlebt haben, sind immer Geschenke. Es ist zwar Arbeit, vor allem für die Klienten und Klientinnen, aber es ist so spürbar, welche Kraft in diesen Menschen wirkt, in Menschen wirkt, die Schweres erlebt haben, die auf dem Heilungsweg sind. Und das ist einfach immer sehr bereichernd und erfüllt mich mit die Verdankbarkeit, auch diesen Beruf leben zu dürfen. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, sehr gut nachvollziehen. Also wir werden uns auch heute wieder mit viel Liebe, Leidenschaft, Leichtigkeit, aber natürlich auch der gebührenden Ernsthaftigkeit euren Fragen widmen. Vielen Dank wieder an dieser Stelle. Wir kommen mit dem Lesen kaum nach. Ach, bitte seid nicht traurig oder enttäuscht, wenn eure Frage vielleicht noch nicht dabei gewesen ist. Wir bemühen uns natürlich, die Fragen auszuwählen, die abzeichnen, was sehr viele Menschen betrifft. Und das ist ja häufig doch meistens viel mehr, als man sich das vorstellen kann. Die E-Mail zum Beispiel von der Sophie, die uns erreicht hat, ist fast ein bisschen ein Klassiker, wenn es um Beziehungsleben geht. Sie behandelt das Thema sich abgrenzen von Gefühlen des Partners. Sie setzt ihre Mail unter die Überschrift, wie kann ich zwischen meinen eigenen und fremden Gefühlen unterscheiden? Um so ein bisschen differenzierter ihr Anliegen zu verstehen, lese ich mal ein paar Zeilen vor. Sie sagt selber, sie steckt seit einiger Zeit in ihrem Transformationsprozess und hat auch das Gefühl, dass es immer leichter wird für sie und auch immer besser. Und vor allem, wenn sie dabei ist, in einer Welle der Empathie die Gefühle anderer Menschen in sich aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Satz. Dann schreibt sie weiter. Bei meinem Partner gelingt mir das jedoch kaum. Sehr häufig passe ich mich unbewusst an seine Gefühlslage an, im Guten wie im Schlechten. Werde jedoch früher oder später komplett überwältigt, wenn er, Zitat, nicht gut drauf ist. Er ist dann emotional nicht mehr erreichbar, was seine Art ist, sich abzugrenzen und mich extrem triggert. Ich merke dann, dass meine Stimmung sich verschlechtert, auch wenn ich mich vorher ausgeglichen gefühlt habe. Und ich weiß dann nicht mehr, ob das eigentlich jetzt seine oder meine Gefühlslage ist. Und das wiederum löst in mir Angst aus. Ich glaube, das ist eine Situation, die kennen ganz viele aus Beziehungsleben und mit Partnern, oder? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein häufiges Phänomen. Und eines, was, wie du sagst, ganz viele Menschen kennen. Aber ich glaube, nicht alle Menschen, die das kennen, sind sich dessen bewusst. Wir haben, glaube ich, ganz häufig in Beziehungen solche Kontexte, wo wir uns miteinander verwurschteln oder verstricken und uns von der Stimmung des Anderen im Guten wie im Schlechten mitziehen lassen. Und sich der Dynamik bewusst zu werden, ist wichtig. Weil sobald wir uns verstricken und sobald wir nicht klar sind, was zwischen uns passiert, entstehen, ja, ich sag mal, knirschende Kontexte, in denen wir dann Schuldzuweisungen verteilen oder eben Ängste getriggert werden, weil Distanz entsteht. Und insofern, nochmal einfach gesagt, ist das, was Sophie hier beschreibt, schon ein sehr reflektiertes Wahrnehmen dieser Situation. Also sie schreibt ja im Guten wie im Schlechten. Wenn das jetzt im Guten passiert, dann fühlt sich das ja erstmal ganz schön an, wenn man irgendwie von einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und ist ein bisschen down und der Partner nimmt einen so mit in eine etwas gehobenere Gestimmtheit, dann ist das ja ganz angenehm. Aber wenn es umgekehrt ist, dann ist es natürlich was anderes. Ja, genau. Und dann fällt es einem ja auch eher auf. Und etwas, wie du schon gesagt hast, ist ganz wichtig in einem Satz, den Sophie geschrieben hat. Nämlich, wenn sie in einer Welle aus Empathie oder in einer Welle der Empathie die Gefühle ihres Partners in sich aufnimmt oder die Gefühle anderer Menschen in sich aufnimmt. Und hier möchte ich gerne was differenzieren, weil Empathie glaube ich nicht, das ist, was sie hier beschreibt, sondern ich würde eher das, was sie, was Sophie beschreibt, als Resonanz bezeichnen. Wenn wir empathisch sind, wenn wir uns einfühlen in einen anderen, dann fühlen wir gleichzeitig auch uns selbst. Und der Ort, von dem aus wir uns einfühlen, ist in uns. Also es gibt ein geerdetes Hiersein in mir, wenn ich mich empathisch einfühle. Und das sind Momente oder das ist ein Zustand. Ich würde Empathie als auch einen Zustand beschreiben, in dem wir uns sehr deutlich auch abgrenzen können. Also wo es uns gelingen kann, wahrzunehmen, oh, der andere ist gerade schlecht drauf, aber ich gehe nicht mit in diese Stimmung, in diese Schwingungsfrequenz, wie auch immer man es nennen mag. Und wenn wir in Resonanz gehen, dann verhält sich das ein bisschen anders, nämlich wir beginnen dann in der Energie, in der Stimmung, in der Schwingung des anderen mit zu schwingen. Und das ist auch eine natürliche Gabe, aber sie hat einfach einen anderen Charakter als die reine Empathie. Weil wir, wenn wir in Resonanz sind, nicht unbedingt noch mit uns selbst stark in Kontakt sind. Wenn wir stark in Resonanz gehen, verlieren wir, so wie ich eben formuliert habe, diesen Ort, von dem aus wir fühlen und sind dann nur noch in der Wahrnehmung für den anderen oder in der Schwingung des anderen. Die Tatsache, dass wir mit unserem Gegenüber in Resonanz gehen, besonders jetzt bei sogenannten negativen Gefühlen, hat ja vermutlich einen Grund, an dem man nicht sofort im Bewusstsein vielleicht drankommt. Was kann da dahinter liegen? Also nach meinem Wissen und allem, was ich über Entwicklungspsychologie bisher gelernt habe, ist Resonanz etwas, was wir erst mal können, bevor wir Empathie lernen können. Also die Empathiefähigkeit bildet sich erst relativ, in Anführungszeichen, spät aus in der kindlichen Psyche. Soweit ich weiß, erst ab dem dritten Lebensjahr etwa, dass wirklich ein Gefühl von mitfühlen oder sich in andere hineinversetzen können, beginnt sich langsam zu entwickeln. Und vorher sind wir aber als Kinder natürlich schon sehr wahrnehmend und sehr, sehr verbunden mit unserer Umwelt. Und da spielt das Wort Resonanz eine große Rolle. Also Kinder, man sagt ja immer so schön, Kinder nehmen alles wahr. Und wenn wir uns hier fragen, was bedeutet wahrnehmen, dann könnten wir ja vielleicht das Bild der Resonanz nehmen. Kinder schwingen mit, mit dem, was um sie rum passiert. Sie können im Grunde gar nicht anders, weil Kinder auch nicht die Fähigkeit haben, Dinge zu abstrahieren oder von sich fernzuhalten. Und deswegen einfach im Geschehen vollkommen, in der vollkommenen Realität, die das dann ist, sozusagen aufgehen. Also Resonanz ist was ganz, ganz Natürliches und etwas, was wir im Grunde auch brauchen, instinktiv, um beispielsweise auf die Stimmung von Gefahr reagieren zu können. Auf das Empfinden in einem anderen, das gerade in einer Situation bedrohlich ist, reagieren wir unwillkürlich sehr stark. Also wäre jetzt im Fall von Sophie diese Resonanz, die sie als Empathie betitelt, du würdest eher sagen, es ist Resonanz, ja eigentlich auch ein ganz guter Hinweis. Total. Also Resonanz ist überhaupt nichts Negatives. Das ist nicht schlechter als Empathie oder in irgendeiner Weise unnützlicher, sondern es ist nur wichtig, dass wir uns klar sind, bin ich gerade mitfühlend oder bin ich gerade voll in Resonanz. Und Resonanz ist ein super Werkzeug oder eine super Fähigkeit für uns alle und wird auch beispielsweise genutzt in der Körperpsychotherapie oder generell in der Psychotherapie, in körperorientierten Therapieformen, dass wir als Therapeuten uns darin schulen und uns darauf einlassen, über unsere Körperresonanz wahrzunehmen, was im anderen los ist. Und wenn wir bewusst in Resonanz gehen, dann verlieren wir auch nicht diesen Halt in uns selbst. Und dann können wir einfach sehr, sehr gut uns ein Feld der Verbundenheit schaffen, ein Feld von wirklichem Mitfühlen und Mitverstehen, wo auch Resonanz eine Rolle spielt, aber eben nicht im Sinne von verschwinden und sich selbst verlieren. Dazu vielleicht eine kleine persönliche Geschichte. Ich hatte nämlich eine Situation mit meinem Partner vor ein paar Wochen, in der ich sehr traurig war und mir die Tränen kamen bei einer Erinnerung an meinen verstorbenen Vater und er saß mir gegenüber und ich sehe, wie ihm auch die Tränen in die Augen schießen. Und dann schaue ich ihn an und dann sage ich, lass es bei mir. Es ist meine Trauer, es ist nicht deine. Und es war super interessant, weil in dem Moment hat er es verstanden. Und dann hat er mir nur die Hand gereicht und war einfach da und ich durfte da sein mit meiner Traurigkeit. Und da habe ich mal ein schönes Bild dazu gehört, nämlich es ist so ein bisschen so, als wenn man ein kleines Kind am Straßenrand ganz schlimm weinen sieht und man setzt sich daneben und weint ganz schlimm mit. Ja, genau. Und das ist natürlich nicht so richtig hilfreich, weil dann natürlich noch mehr, ich sage jetzt mal, die Situation ein bisschen instabiler wird. Also da ist niemand, an den du dich anlehnen kannst, sondern der eigentlich mit ein bisschen wackelt. Ja, und dann schaukelt es sich auch hoch. Also das ist ja etwas, was viele Kinder kennen oder Menschen kennen, die frühes Trauma erlebt haben, weil beispielsweise die Bezugspersonen sich nicht regulieren konnten. Also wenn Kinder beispielsweise traumatisierte Eltern haben und Eltern dann versuchen, das Kind zu beruhigen, während sie selbst in einer starken Übererregung sind. Es gelingt kaum oder nicht, ein Kind zu beruhigen, wenn man selbst sehr überaktiviert ist. Was auch mit ein Grund dafür ist, glaube ich, auch ohne Trauma, dass manchmal solche Phasen einfach eskalieren, wenn Kinder lange nicht schlafen können, die Eltern nach und nach an ihre Grenzen kommen und man einfach sich schwerer regulieren kann und man das Gefühl hat, keiner kommt hier mehr runter, dann haben wir auch so ein Resonanzthema. Und ich glaube, wie es sich anfühlt, wenn Wut gegenseitig in Resonanz geht, das haben wir auch alle schon erlebt, wenn dann plötzlich aus der berühmten Mücke der Elefant wird. Oh ja, und wenn man jetzt den Bogen noch weiterspannen möchte, könnte man auch sagen, dass Konflikte, kriegerische Konflikte, militärische Konflikte viel mit Resonanz zu tun haben, dass Massenphänomene viel mit Resonanz zu tun haben, dass Menschen rufen, wir ziehen in den Krieg, yeah. Entschuldigung, das soll nicht despektierlich klingen, aber es ist einfach phänomenal und es ist faszinierend, was Resonanz in uns auch auslösen kann im Sinne von Gruppendynamiken und wie wichtig es ist, ist, dass wir lernen, egal ob wir jetzt auf der Therapeutenseite sind oder auf der Klientenseite, ob wir auf der Friedensaktivistenseite oder auf der Patriotenseite sind oder was auch immer, dass wir das auf dem Schirm haben und lernen zu differenzieren, wann bin ich eigentlich nur noch in Resonanz und wann bin ich noch bei mir und wie fühlt sich der Unterschied an. Jetzt spielen wir es mal durch. Sophie kommt abends nach Hause, ist eigentlich guter Laune und ihr Freund ist richtig schlecht drauf, weil der hatte einfach einen richtig miesen Tag und der Job ist ihm auf die Nerven gegangen und Sophie merkt, verflixt, jetzt schwappt es voll auf mich über. Was macht sie dann? Also bevor ich einen Tipp oder Inspiration, eine Inspiration geben würde, was sie konkret tun kann, würde ich sagen, es gehört zur Transformationsreise, sich klarzumachen, was da getriggert wird. Also weshalb neige ich dazu, in Resonanz zu gehen? Kann ich denn auch darauf vertrauen, dass jemand anderes da ist oder bleibt, wenn ich bei mir bleibe beispielsweise? Also das in Resonanz gehen ist häufig auch ganz unbewusst ein Ersatz für eine entspannte Verbundenheit, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns um die Verbundenheit kümmern, weil sie nicht von alleine da ist. Also wenn wir beispielsweise Erfahrungen gemacht haben, dass unsere Bezugspersonen sich, als wir klein waren, entzogen haben, dann ist es möglich, dass in unserem Nervensystem so etwas gespeichert ist, wie nur wenn ich in Resonanz gehe, also nur wenn ich hinterher gehe, nur wenn ich mich selbst verlasse, spüre ich noch Bindungssicherheit. Bindungssicherheit. Das heißt, um nicht in Resonanz zu gehen, um nicht automatisch in Resonanz zu gehen, müssen wir ein bisschen lernen oder erforschen oder auch damit experimentieren, wie es ist, wenn ich bei mir bin und den anderen fühle. Sodass es dann auch weniger Angst auslöst, wenn jemand anderes einfach in eine Stimmung gerät, die uns vielleicht eigentlich Angst machen würde. Aber wenn wir wahrnehmen, na gut, es ist ja jetzt mein Partner und nicht zum Beispiel mein Vater. Ich bin jetzt erwachsen und er auch. Und deswegen muss ich jetzt gerade gar nicht unbedingt eine große, tiefe Angst oder Panik entwickeln, weil er hatte einfach nur einen Scheißtag. Sie schreibt ja auch dazu, dass die beiden scheinbar eine sehr offene und reflektierte Kommunikation miteinander haben. Und das ist ja wie so oft auch so ein wahnsinnig wertvoller Schlüssel, wenn man die Dinge einfach mal ausspricht. Weil in dem Moment, wo man sie ausspricht, nämlich zum Beispiel, hey, ich merke gerade irgendwie, komme ich auch schlecht drauf und du hattest einen schlechten Tag oder man spricht es aus, dann wird es automatisch nach meiner Erfahrung gleich ein bisschen kleiner. Ja, ja, die Erfahrung hat Hand und Fuß ganz bestimmt, ja. Weil das auch im Grunde etwas ist, was sehr beruhigend ist, wenn wir Dinge aussprechen und sie benennen in ihrer, also dann relativieren wir etwas. Wir benennen sie dann in ihrer tatsächlichen Größe. Und das tut auch unseren kindlichen Anteilen sehr gut, die da drin vielleicht gerade sehr aktiviert werden und die alarmiert werden, weil irgendwie die Stimmung so unsicher ist und irgendwie kommt man gar nicht so richtig zu Hause an, weil man noch gar nicht wirklich irgendwie ein freundliches Wort gewechselt hat oder sich umarmt hat oder wie auch immer. Und wenn dann ausgesprochen wird, ich fühle mich so und so und ich fühle mich so und so, dann kommt das Ganze wieder ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt und auf den Boden. Und das kann dann natürlich auch helfen, weil das hat ja Sophie auch geschrieben, hast du ja auch zitiert, dass das ihr Angst macht, was dann passiert. Und was sie ja auch noch geschrieben hat, glaube ich, ist, dass sie dann auch eine Weile braucht, um da wieder rauszukommen. Vielleicht machst du das nochmal. Und auch mit ihm auch wieder in Kontakt zu gehen. Sie schreiben, mit dem Containment ist es dann nicht mehr weit her. Ich werde innerlich immer unruhiger und irgendwann von einer Angst geflutet, die sich erst dann auflöst, wenn er wieder mit mir in Kontakt geht oder aber ich alleine bin, weinend in Stücke falle und mich nach einiger Zeit wieder durch die Strategien, die ich erlernt habe, selbst reguliere. Und das ist natürlich, schreibt sie auch, extrem anstrengend. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig, weil in dem, was Sophie hier beschreibt, da wird klar, dass, ja, ich sage es mal ganz einfach, dass etwas scheinbar kindlich Abhängiges in diesem Moment angerührt ist und dass das, was dann da innerlich so alarmiert ist, im Grunde erst sich wieder beruhigt, wenn der andere wieder die Bindungssicherheit gibt, also wenn er sich wieder ihr zuwendet und sozusagen es wieder gut ist oder wenn sie es schafft, aus ihrem Erwachsenen-Ich sich selbst wieder zu regulieren. Ja, das ist ja toll, dass sie das schon hinkriegt, aber dieser, oh, dieser Weg dahin, erst mal weinend in Stücke zu fallen, das tut mir so im Herz leid, das zu hören, weil sowas ist wirklich, wirklich enorm anstrengend und ja, da wird also noch mal deutlich und darauf ist es, glaube ich, noch mal gut hinzuweisen, dass eben etwas Altes angerührt wird und es wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden, was da innerlich getriggert ist und dass diese Strategie, also die in dem kindlichen Anteil vorhandene Strategie, ich sage es jetzt mal so, abgelöst werden möchte von etwas, was schon früher wirkt. Also, dass sich in Resonanz begeben ist ja schon ein Teil der Strategie. Wenn das nicht gelingt, kommt die große Angst und dann ja im Grunde das darauf warten, dass der andere wieder die Sicherheit herstellt. Und hier wäre also bestimmt toll, eben zu üben, weniger in Resonanz zu gehen, zu üben, ein bisschen rauszukommen aus diesem sich verschmerzen, Hilzen, wenn ich es mal so nenne, damit dieses kindliche innere Alarmierte gar nicht so stark getriggert oder aktiviert werden muss. Das wie immer unsere Zuwendung und Zuneigung braucht ein Teil in uns, liebe Sophie. Da möchte noch etwas vielleicht in dir deine Aufmerksamkeit. Ja, und vielleicht ein kleiner Hinweis am Rande, falls das Thema Resonanz und Empathie für Zuhörerinnen oder Zuhörer eine Rolle spielt. Ich habe mit diesem Hintergrund einen ganzen Kurs gestaltet. Der Kurs Ein feiner Mensch braucht starke Grenzen. Da geht es auch viel um den Unterschied zwischen Resonanz und Empathie und unsere Bindungsmuster, die dazu führen, dass uns das schwerfällt. Vielleicht ist das ja für die ein oder andere auch unterstützend, sich mal Zeit zu nehmen, sich dem intensiv zuzuwenden. Liebe Sophie, vielen Dank für deine tolle Frage. Ich glaube, da haben jetzt auch wieder ganz, ganz viele tausend andere Menschen ganz viel rausziehen können. Das Thema Empathie und Mitgefühl für sich selbst ist auch eines, das den Erik umtreibt. Und jetzt freue ich mich, weil ich glaube, das ist die erste Mail, die wir von einem Mann vorlesen. Das finde ich super. Ja, weil so viele Männer nämlich auch gerade auf der Reise sind. Absolut. Und der Erik schreibt, er ist schon länger in psychologischer Behandlung wegen massiver, teils sehr traumatischer Lebensereignisse seit seinem circa neunten Lebensjahr bis zum vierzigsten Lebensjahr. Und sein Anliegen oder sein Problem ist es, dass er sich wohl innerhalb seiner Therapie schon mit dem inneren Kind beschäftigt hat, aber er kann kaum bis überhaupt keine Gefühle, kein Mitgefühl für den Jungen empfinden, der er damals war. Liebe oder ähnliche Gefühle habe ich irgendwann abgeschaltet, schreibt er, und finde nicht zurück. Weder meine Frau noch meine Therapeutin können mir bisher helfen. Und was ich ganz interessant finde, mit Tieren oder auch mit Pflanzen hat er dieses Mitgefühl. Also da kann er Wärme und Zuneigung und Liebe empfinden, aber bei Menschen eben nicht. Er schreibt sogar, er ist völlig emotionslos, kalt oder sogar abweisend. Ja, und er schreibt auch noch, ich ergänze es kurz, weil das auch, glaube ich, noch so ein Schlüsselsätzchen ist, sobald eine bestimmte Nähe erreicht wird, wehre ich mich innerlich und lasse die Person nicht weiter an mich ran. Ja, okay, also auch da ist etwas in mir sehr berührt, wenn ich das höre, weil es einfach auch so, ja, ein ganz schwieriges Moment ist, wenn man erkennt, oh weia, ich komme gar nicht an meine Gefühle ran oder auch nicht an meine liebevollen Gefühle oder an das Mitgefühl. Und spannend ist ja, dass Erik auch beschreibt, dass es sich sowohl auf sich selbst bezieht, also seine inneren Anteile, aber auch auf Menschen da draußen, die eine gewisse Nähe zu ihm leben. Und dass er erlebt, weder Frau noch Therapeutin konnten bisher helfen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, Erik hier zu helfen, aber wir können vielleicht ein paar Ansätze, Denkansätze, Inspirationen hilfreich zur Verfügung stellen, die auf eine Fährte bringen können. Erstmal ist es natürlich ganz großartig, dass er auf diesem Weg ist und auch diese lange, lange Traumageschichte in den Blick nimmt und da Energie hinfließen darf und dass da auch ein Wunsch nach Mitgefühl und mehr Nähe drin zu stecken scheint. Das finde ich sehr, sehr schön. Möchte ich erst mal sagen. Ja, absolut. Schließe ich mich an. Und ich vermute mal, dass einige hier beim Zuhören vielleicht auch schon Ideen haben, was das für ein Phänomen sein könnte, wenn jemand sagt oder schreibt, irgendwann habe ich diese Gefühle abgestellt. Und es ist naheliegend, hier zu vermuten, dass das eine Schutzstrategie ist oder eine Schutzstrategie war, die halt noch immer aktiv ist und die davor schützen soll, beispielsweise tiefe, schlimme Gefühle wieder zu spüren. Ich glaube, dass es erst mal naheliegend und vermutlich ist, dass Erik auch klar, dass hier etwas blockiert ist, nicht, weil was mit ihm falsch ist oder weil er irgendwie keine Gefühle fühlen kann, sondern weil etwas im Inneren schützen möchte. Und etwas, dass man, auch diesen Satz haben wir ja an dieser Stelle schon ein paar Mal gesagt, bitte nicht mit der Brechstange aufmacht. Denn scheinbar gibt es, auch wenn er schon eine lange Heilungsgeschichte hinter sich hat, dafür noch gute Gründe, oder? Ganz genau, ganz genau. Und diese guten Gründe, zu erforschen, das wäre etwas, was hier ganz wunderbar Sinn ergeben könnte, statt sozusagen sich um das Symptom zu kümmern, also das fehlende, scheinbar fehlende Mitgefühl oder die fehlenden Emotionen, sich auf die Suche nach dem guten Grund zu begeben und solche Fragen zu stellen wie, gibt es vielleicht irgendwo in mir eine Befürchtung, was passieren würde, wenn ich beginne, für dieses Kind Mitgefühl zu empfinden. Und mit solchen Fragen, was wäre denn vielleicht, wenn, kommen wir häufig uns ziemlich schnell sehr nah. Da fällt mir auch ein Beispiel ein von einer Klientin, die vor vielen Jahren bei mir war. Irgendwann habe ich dieses Beispiel schon mal beschrieben, aber ich weiß nicht mehr, ob es in einer Podcast-Folge oder in einem Seminar war. Diese Klientin hatte auch schwere Traumatisierung erfahren in ihrer Kindheit, körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und war in ihrem Lebenslauf eine sehr stabile, eine sehr, ja, man könnte fast sagen, ja, tough würde man heute sagen, früher hätte man vielleicht gesagt, auch robust, also schon irgendwie so eine Powerfrau und ja, also eine sehr, sehr stark wirkende Person, die sich dann mit Mitte 60 noch mal zu mir in Therapie begeben hat, weil einfach durch verschiedene Träger ganz viele Symptome wieder hochkamen. und wir haben dann begonnen, innere Kindarbeit zu machen oder Anteilearbeit, vielmehr Ego-State-Therapie und kam mit einem Kindanteil in ihr in Kontakt und sie erzählte, sie beschrieb diesen Anteil und mein Herz, also mein Herz als Zuhörerin floss so über vor warmen Gefühlen für dieses Kind, so ein ein armes, liebes, einsames Kind und sie hat es sehr plastisch beschrieben und ich war so, hatte das Gefühl, oh, man muss dieses Kind lieben und dann fragte ich sie, wie man das so macht als Therapeutin, wie fühlst du dich, wenn du dieses Kind anschaust oder wie geht es dir mit diesem Kind und dann sagte sie inbrünstig, völlig ehrlich und unverblümt, das ist so ein ekliges Kind, ich verabscheue sie. Ja, wow und wenn ich nicht Therapeutin wäre, wäre ich wahrscheinlich erschüttert gewesen und so dachte ich, oh wow, ja, das ist eine Information, und wir haben das natürlich weiter bearbeitet oder da mitgearbeitet, viel besser gesagt und reflektiert, was, wie sie diese Reaktion überhaupt fand, also wie findest du es, dass du dieses Kind verabscheust und das war quasi die Frage oder der Weg zu der Frage nach dem guten Grund, was, was hilft dabei, sich nicht anzunähern und nicht mitzufühlen oder wozu hilft das, ja. Also aus meiner persönlichen Heilungsgeschichte, lieber Erik, kann ich dir sagen, dass das für mich auch einer der schwierigsten Punkte war in meiner Therapie und auch einer, den ich erst Richtung Ende eigentlich lösen konnte und dann ging es auch relativ schnell. Spannend, ja. Aber dieser Punkt Mitgefühl für sich selbst, also ich habe mal gehört, es gibt in der Traumatherapie dieses Drei-Stufen-Programm, erstens, es ist passiert, zweitens, es ist mir passiert, das war schon mal ein langer Weg und dann drittens, es ist vorbei. Ja. Und sich diesem inneren Kind, gerade wenn man so eine Ablehnung dagegen hat, zu nähern, ist einfach auch etwas, das darf ein bisschen Zeit und Geduld in Anspruch nehmen. Mir hat es zum Beispiel unheimlich geholfen, dass ich angefangen habe, ein Bild von mir aufzustellen, als ich ganz klein war. Einfach um mal wieder mit diesem Wesen, das ich mal war, mit diesen strohblonden Haaren und diesen zarten kleinen Händchen und überhaupt mal wieder in Kontakt zu kommen, weil ich finde, dass wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass das ja wir mal waren. Also wir schauen uns zwar vielleicht mal ein Kinderfoto von uns an, sagen, ich war ja süß oder ich hatte ja ein komisches Kleid an oder hässliche Schuhe, aber wirklich mal sich die Zeit zu nehmen und sich darauf einzulassen, sich klar zu machen, und das bin ich. Oh ja. Das fand ich sehr, sehr berührend, kommen mir jetzt auch fast ein bisschen in die Tränen, merke ich, und ein totaler Türöffner, aber es braucht ein bisschen Zeit. Ja, ja, weil ja genau das eine Zeit lang noch das Bedrohliche sein kann, also sich klar zu machen, das bin ich. Genau. Das ist ja genau das, wovor man sich eine Weile lang auch aus gutem Grund eben schützen muss, weil diese Identifizierung oder Identifikation mit einem kindlichen Anteil kann einen ja auch reißen. Also es kann einen ja auch dann aus der Fassung reißen, sozusagen. Und deswegen ist es ja wie immer wichtig, behutsam und achtsam vorzugehen und auch von der inneren Haltung her sich klar zu machen, es geht hier nicht um das Ergebnis, sondern es geht um den Weg. und man kann das jetzt im Frühling gut sehen. Ich finde das so schön, wenn ich durch den Wald gehe oder in die Natur schaue und ich sehe, oh, da ist eine Knospe. Und dann sehe ich beim nächsten Mal, wo ich vorbeikomme, oh, sie ist ein Stückchen weiter offen. Und dann sehe ich beim nächsten Mal, wow, sie ist voll erblüht. Und ich denke nicht, wenn ich die Knospe sehe, oh Mann ey, ist das doof, dass sie noch nicht voll erblüht ist. Was ist denn mit der Natur? Wieso geht das nicht schneller? Gibt es da keine Hypnotherapie? Genau. Und so uns selbst zu betrachten, ist glaube ich ganz, ganz entlastend. Weil dieses sich auch dabei zu betrachten, wie sich Dinge langsam verändern, ist etwas, was wir überhaupt nicht gewohnt sind. Wir sind total ergebnisorientiert. Wir wollen, dass es jetzt sich schnell verändert. Vor allem, wenn man ein Problem erkannt hat, dann möchte man das auch lösen. Und hier das sogenannte Problem nicht als Problem zu sehen, sondern als ein wertzuschätzendes Phänomen, als einen wertzuschätzenden Ausdruck einer gesamten Lebensgeschichte. Das kann so helfen. Und ich glaube, wenn man beginnt, sich so zu betrachten, dann kommt ganz von selbst, durch die Hintertür, nach und nach das Mitgefühl mit sich selbst hereingeschlichen. Und damit dann auch mehr emotionale Kapazität auch für andere Gefühle. Und lieber Erik, allein die Tatsache, dass du auf deiner Reise bist, dass du dir so viele Gedanken machst, auch um die Rolle deiner Frau in dieser Position und dass du uns eine E-Mail geschrieben hast, ist ja eigentlich schon, da gibt es ja gar keinen Weg zurück mehr. Also du bist ja schon straight unterwegs. Und das ist total schön. Ja, finde ich auch. Vielen, vielen Dank für diese auch super, super wichtige Frage. Und ja, wie ich vorhin sagte, wir werden wohl keine Lösung dafür haben. Aber vielleicht kann es ein bisschen Wind unter die Flügel geben, ein bisschen Mut machen, es nicht als falsch zu betrachten, sondern ja, als ein Ausdruck eben von etwas Großem, was sich bewegt und was dabei ist zu heilen. Da schließe ich ab mit meinem absoluten Lieblingszitat von Leo Tolstoi, dass ich sogar in zumindest den beiden wichtigsten Worten tätowiert auf meinem linken Handgelenk habe. Die beiden mächtigsten Krieger sind Geduld und Zeit. Wow, da kann man nichts hinzufügen. Das können wir genau stehen lassen. Das ist sehr gut. Danke, liebe Verena. Bis in zwei Wochen. Ich danke dir, liebe Kathi. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas Wertvolles für dich mitnehmen kannst. Wenn du einmal selbst eine Frage zum Fragenfreitag einreichen möchtest, dann schreibe uns eine Mail an support.verenakönig.de Halte dich, wenn möglich, kurz und auf den Punkt, während wir natürlich jedes Detail deiner Schilderung würdigen wollen. Sag uns bitte auch, ob wir deine Frage anonymisieren sollen oder deinen Vornamen nennen dürfen. Schau doch einmal auf unseren Websites vorbei. Bei Kathi findest du ihr Coaching-Angebot und ihren eigenen Podcast. Du findest Links zu den Dingen, die sie so in diese Welt bringt. Und bei mir auf der Webseite ebenso findest du meine Angebote und zahlreiche Geschenke. Ich möchte dich auch herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren, denn in nächster Zeit wird es einiges Neues geben. Ganz bald startet mein Mitgliederbereich Gemeinsam Heilsam Verbunden und der erste Monat wird ein Schnuppermonat sein, an dem alle kostenfrei teilnehmen können. Im Gemeinsam Heilsam Verbunden Membership-Bereich werde ich immer über drei Monate ein Thema Trauma-Sensibel gestalten und bewegen. Es gibt immer eine Live-Session, in der ich das Thema bewege pro Monat. Es gibt eine Live-Q&A-Session und es gibt die Möglichkeit, solltest du selbst auch im Gesundheitsbereich, im psychologischen Bereich unterwegs sein, eine Supervisions-Session mitzumachen, in der Fälle aus der Praxis von mir mit den jeweiligen Therapeutinnen, Therapeuten oder Begleiterinnen reflektiert werden. Du findest alle Infos zum Gemeinsam Heilsam Membership-Bereich auf meiner Webseite und solltest du dort noch nichts vorfinden, dann bekommst du in jedem Falle über meinen Newsletter Bescheid, sobald es soweit ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst und ich freue mich einfach, so sehr gemeinsam, heilsam verbunden zu wirken. Von Herzen alles Liebe zu dir und bis bald. Tschüss!